Hey, yo. Ja, Mann, was geht ab? Ich hab das Gefühl, wir werden gleich aufgeschnitten, Junge. Was? Was meinst du mit aufgeschnitten, Mann? Naja, schau dir die Typen hinter uns an, die die ganze Zeit YouTube-Videos machen. Die wollen uns, glaub ich, verwenden, um Klicks aus uns zu machen, Alter. Was? Bist du dir sicher? Ja, Mann, wir müssen unbedingt wegrennen. Okay, aber ich hab keine Beine, Mann. Alter, ich hab auch keine Beine. Oh nein, Mann! I, 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 I. I, I, I. Nein, ich bin fest. Und willkommen hier wieder zurück zu... Kürbisse schnitzen mit Lars und Roman. Heute werden wir eine neue Challenge machen. Und zwar geht es nämlich heute darum, unsere Kürbisse zu schnitzen. Und daraus ein Kursi-Schwell. Mega. Kannst du richtig trainieren mit... Absolut, ja, ins. Zuerst gilt es immer, bei einem Kürbis dieses Ding so auszuschneiden. Mach das nicht alleine, das ist mit Messer und so, falls ihr es selber machen wollt. Du kannst ja hier schon mal einzeichnen, wie du schneiden wirst. Nee, das mach ich... Oben mach ich, glaub ich, noch nicht einzeichnen. Oben? Doch, ich zeichne oben schon ein, wie ich einzeichne. Dann sehen die Leute ganz genau, wie mein Deckel aussehen wird. Guck, so zeichne ich es jetzt auch ein. Also, warte mal, haben wir noch ein zweites Messer eigentlich? Ich hab ihn einfach ermordet. Alter, das ist sauschwer. Das ist, by the way, das erste Mal, dass ich das mache, Leute. Hast du noch nie einen Kürbis geschnitzen, Mann? Noch nie, in meinem ganzen... Also, man muss hier... Das ist hier Dings. Excalibur. Ja, du musst... Ich glaub, das geht gar nicht mit dem hier. Du musst ein anderes geben. Kann ich hier so eins nehmen? Ich glaub, damit geht es besser. Ja, versuch's mal damit. Vielleicht geht es auch damit. Oha, Junge. Oha, geht es gut? Oha. 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 Das geht mega gut. Also, Leute, falls ihr wissen wollt, was es ist, das sind so Kürbisschnitzmesser. Ja, guck mal. Äh, Rekordgeschwindigkeiten. Alter. Alter. Du hast ihn halt wirklich jetzt fertig, gell? Oh mein Gott, das geht wirklich richtig gut mit dem. Also, das sind einfach so kleine Sägen eigentlich, die man hier verwendet. Oh. Oh. Oh my gosh, what's happening here? Die riechen irgendwie nach Pups. Oha. Ja, man, die riechen wirklich voll nach Pups. Irgendwie stinkt so ein Kürbis von innen so ein bisschen, muss ich sagen. Oha. Guck mal, was die für Dings haben, gell? Das sind die ganzen Kürbiskerne da drin. Kürbiskerne kann man tatsächlich trocknen, salzen und dann schmecken die nice. Zeig mal, wie sieht deine aus. Guck mal, das ist das Gehirn. Oh, das ist so schwer. Wollen wir mal ein bisschen Gehirn rausholen? Was sagst du da? Mach mal. Iiii. Oh. 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 Ich nehm einfach das hier richtig low. Ich mach's mit der Hand, weil ich cool bin. Boah, das Zeug stinkt schon heftig. Der riecht halt einfach nach Kürbis. Der riecht nicht so angenehm tatsächlich. Doch, das ist Natur. Und Natur ist gut. Also, so sieht das Ganze aus. So kann man hier rausholen. Guck mal, boah, wie viele Kerle da drin sind, gell? Als ob du das so hinbekommst. Ich hab's extra versucht, so zu machen. Boah, guck mal. Es gibt Suppe, Kinder. Würdest du die Suppe essen? Nein. Hätte ich das gewusst, hätte ich mein Dings angezogen heute. Mein Spezialanzug. Welchen Spezialanzug? Mein Kürbis Spezialanzug. Alter, guck mal, wie viele Körner da drin sind. Du hast so viele Kerne. Aus jedem einzelnen Kern kommt einfach ein neuer Kürbis raus. Und in einem Kürbis sind einfach eine Milliarden Kerne. Ich mach jetzt Dings den Umdreher. Die Taktik. Oh nein, ich hab das Ding fast verbrogen. War ich vorher schon so? Du musst nur ein bisschen kratzen. Irgendwie hab ich das Gefühl, du machst das nicht so mit Liebe. Doch. Guck, mein Kürbis, der ist richtig so. Oh, danke Roman, dass du das für mich gemacht hast. Mein Kürbis ist... Oha, oha, guck mal, was für ein Strang. Oha. Das ist so anstrengend, diesen Kürbis auszusen. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Bitte hilf mir. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal ein Kürbis ausgehöhlt habt und ob ihr das dieses Jahr auch machen werdet. Guck mal, guck mal, guck mal, mit dem Löffel geht es richtig gut. Der Löffel der Wahrheit. Also meiner ist leer eigentlich. So sieht meiner inzwischen aus. Oha. Schaut euch dieses wunderbare Ergebnis an. Ich zeige ihn euch. Schauen Sie doch mal ganz genau rein. Bitte schön. Du hast bei deinem Deckel, hast du auch die Fasern unten abgeschnitten, gell? Ja. So, dann kann man nämlich hier... Schon hart so ein Kürbis. Also diese Säge. Ich würde euch wirklich sagen, Leute, falls ihr euch einen Kürbis anlegen wollt, dann holt euch so eine Säge. Damit kann man viel besser schneiden. Guck mal, jetzt habe ich hier meinen Deckel. Und das hier ist mein Kürbis. Noch einmal kurz so. Einer ist fällig. Und perfekt. Was? Bei dir fällt der Deckel ja durch. Ja, bei dir nicht. Nee, guck. Hier, Deckel. Nein. Meiner fällt auch durch. Oh nein, Lars, was haben wir gemacht? Falsch haben wir es gemacht. Ich setze meinen einfach so drauf. So drauf. Tada. Tada. Unsere Kürbisse sind jetzt halbwegs fertig. Wie viel hier drin war, guck mal. Ja, man, mega viel, gell? Eigentlich eine halbe Tonne, die da drin war. Wichtig ist jetzt unser nächstes Werkzeug. Der Edding. Jeder von uns muss jetzt ein Gesicht draufmalen. Und ich wäre dafür, dass wir uns gegenseitig machen. Was hältst du davon? Ich mache dich und du machst mich. Hm. Hm. Darf ich im Internet kurz Idiot googeln und dann... Boah, ist das sauschwer. Weil du kannst hier keine Stirn noch draufmalen. Das geht nicht. Die Stirn ist zu groß, gell? Ja, 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 kriegst du zurück. Guck nicht. Ich muss dich ja angucken. So. Also hier habe ich schon mal die Augen. Oh mein Gott. Das sind so dumm. Okay, er muss aber auch gruselig aussehen, gell? Ich mache dich einfach zu einem Dings, zu einem bösen Zwerg. Man kann ja auch so ein bisschen auskerben, ne? Vielleicht mache ich sogar noch mehr. Ich mache dir so einen krassen Mund. So ein richtiger Lars-Kürbis wird das hier werden. Und das hier wird ein richtiger Roma... Guck weg! Guck du doch weg! Ich gucke gar nicht. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert gar nichts, was du machst. Okay. Ja, wir haben es geschafft. Es ist finite. Wir drehen um. Du zuerst. Okay. Also, ich darf vorstellen. Lars! Das hier ist der Lars-Kürbis. Ich habe mich dazu entschieden, ihm Dreiecksaugen zu machen. Ich sehe nicht so aus, oder? Diese Dreiecksaugen sind mit einer Brille... Das sieht aus wie das YouTube-Logo einfach. Plus, ja genau, ich habe hier ein paar Play-Buttons drauf gemacht. Hier die Brille und nochmal die Augenbrauen plus nochmal ein breites Grinsen mit vielen Zähnen. So! Kannst du mal gucken hier. Und ist das die Erklärung, warum ich so aussehe, oder? Ja, du hast die Brille an. Okay, gut. Und? Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Was ist das? Was ist das? So sehe ich gar nicht aus. Wer ist das? Sehe ich so aus, Junge? Das ist voll gut geworden. Das ist echt gut geworden. Also, man muss schon sagen, von der Skizze her sieht Lars seiner schon besser aus. Aber im Finale haben wir tatsächlich etwas Besonderes vorbereitet, mit dem wir diese Kürbisse nochmal extrem upgraden werden. Deswegen, Leute, bleibt dran, denn jetzt geht es ans... Schnitzen! Nicht den Kürbis da so hinwerfen, du dumm Dödelkopf. Ich überlege gerade, wie ich das am besten machen soll. Oh mein Gott. Du schneidest ja schon richtig aus. Ich fange mit deiner Augenbraue an. Ich drücke meine erste Augenbraue schon ein. Guck mal, da kommt sie raus. Hier habe ich die erste Augenbraue von Lars. Oha, Alter. Also, so einen Kürbis zu schnitzen, ich sag's euch, das ist nicht einfach. Vor allem in so einer Form zu schnitzen. Ja, Mann, in so einer Form. Aber wir haben zum Glück diese Messer hier am Start. Was schneidest du da eigentlich aus? Die Augen, ne? Ja. Und Achtung. Oh mein Gott. Oh, Junge, das ist voll schwer. Ich habe richtig krumm gesäbelt gerade. Tada. Ich überlege jetzt gerade, wie ich deine Brille überhaupt ausschneiden soll. Hab ich doch gesagt. Du hast zu mir eben gesagt, ich weiß, wie das geht. So eine Brille zu machen, ist nicht einfach. Also, die Sache muss ich jetzt wirklich hier vorsichtig angehen. Aber, hey, Alter, mit diesen Messern geht das richtig gut, gell? Also, die Idee bei mir ist, ich möchte deine Augen ausschneiden. Tada. Sodass es durch deine Augen, wird es sozusagen leuchten. Und außenrum jetzt, hier, mache ich nur so kleine Sägesachen so ein bisschen. Hat der Kürbis eine Haut eigentlich? Nein, aber ich habe eine Haut. Achtung. Drei, zwei, eins. Guck mal, doch, das funktioniert mal. Jetzt muss ich aber an die Zähne. Dafür brauche ich volle Konzentration, Leute, okay? Das ist jetzt das Schwerste. Oh, Junge, ist das verflucht schwer. Oh mein Gott. Richtiges Workout, gell? Oh nein, oh nein, oh nein. Junge. Ich bin gleich fertig. Du bist gleich fertig? Oh nein. Okay, Leute, ich brauche einen Plan B. Und ich weiß, wie ich den Plan B mache. Oh, bei mir ist sogar alles richtig easy. Ja, zieh durch, Lars. Komm schon, du Champion, du schaffst es. Du schaffst es, du bist ein Gewinner, bist du, Lars. Komm schon. Oh mein Gott, es wird bei mir so schwer, Mann. Okay, jetzt Achtung. Komm raus. Oh, es ist schwer. Da ist es. Ja. Oh. Einfach so das Gebiss, gell? Oh mein Gott, der ist so gut geworden. Tja, solltest keine kreativen Challenges mit mir machen. Weil nämlich der kreative Boss dich nämlich auseinandernehmen. Ich hasse dich. Du bist halt einfach echt kreativ wie ein Stein. Das muss man dir lassen. Nur weil es bei dir jetzt einmal gut läuft, ha? Das heißt, einmal bei mir läuft immer. Und deswegen abonnieren jetzt alle Leute meinen Channel, gell, Leute? Bald eine Million Abonnenten. Also das, was ich hier gemacht habe, kostet mich halt einfach mehr Zeit. Ich habe jetzt meine Augen so halber fertig gemacht. Und so sieht das gerade aus. Hä? Ja, ja, ja. Okay, okay. Warte, warte. Aber die Brille wird gleich noch verfeinert. Pass auf, ich zeige es euch. Aber die Augen sind jetzt so mehr Länge hier reingezogen. Und dann haben wir die Augenbrauen oben. Und das wird richtig gut aussehen. Das schwöre ich euch. Wird jetzt. Jetzt kommt es. Also pass auf, Lars. Ich bringe jetzt auch gleich meine Zähne raus. Also ich gucke rein. Ich kann meinen schon mal hier eindrücken, ne? Oh ja. Okay, meiner sieht eigentlich ganz süß aus. So sieht er aus, ich muss ihn auch abputzen. Und dann geht es aber richtig los. Okay, Leute. Wir haben unsere Kürbisse nun umgebracht. Und ein neues Gesicht gegeben. Klingt ein bisschen dynamisch. Ich muss sagen, ich hatte nicht genau die Werkzeuge, die ich gebraucht habe. Ich hätte mir vielleicht noch gerne irgendwie Meisel oder sowas gewünscht. Das wäre mega. Wir präsentieren jetzt unsere Kürbisse. Bist du bereit? Mach du zuerst. Okay. Drei, zwei, eins. Das ist der Ninja Lars. Ich stelle vor. Der Ninja Lars sieht so aus. Ich habe hier oben, das ist Lars seine Augenbraue. Schaut euch die Augenbraue hier an. Und die. Dann kommt, ich wollte eine Brille machen, aber das hat nicht funktioniert. Also habe ich so ein Ninja-Band gemacht. Hier die großen Augen, damit es ein bisschen gruselig aussieht. Die Nase von Lars und die Nase von dem exakt gleich. Und dann hier nochmal der Gruselmund. Mit einem fetten Deckel. So, das ist meiner. Ihr könnt gerne gleich abstimmen, nachdem Lars seinen Kürbis vorgestellt hat. Darf ich? Ja. Okay. Das hier ist Roman. Ja, ich habe irgendwie probiert mit den Augen so, dass die Augen besser aussehen. Aber irgendwie hat es mit den Augen nicht so ganz hingehauen. Da muss ich es zugeben, finde ich deine Augen schon besser. Da sehen meine Augen schon ganz glatt aus. Ich möchte noch sagen, mein Deckel sitzt besser als deiner. Mach mal deinen Deckel ab und mach ihn nochmal drauf. Okay, ich mache ihn jetzt ab. Okay. Ganz gechillt. Mach ihn mal ganz gechillt einfach ab. Oh, okay. Richtig gechillt. Ganz gechillt. Mach mal wieder drauf den Deckel gechillt. Oh, so gechillt ist das. Oh, ich wusste gar nicht, dass er so chillt. Okay, gleich ist er drauf. Ich wusste gar nicht, dass es... Oh, echt. Das war... Das war einmal gechillt. Aber dafür habe ich hier halt so Dinger reingemacht, damit es halt so einigermaßen hält. Und wo sieht dieser... Warum sieht der so aus wie ich? Ja, ich habe nicht gerechnet mit dieser Frage. Wo ist da ein Merkmal? Na gut, die Augen sind nicht so. Ah, du wolltest die Aerozul-Verrück-Augen machen. Aber ich wollte auch eigentlich erst eine Zunge dran machen, aber es hätte halt nicht funktioniert mit der Zunge, deswegen. Okay, ihr könnt jetzt nochmal bestimmen, welcher von denen aussieht, nachdem wir die jetzt nochmal gepimpt haben. Denn jetzt kommt nämlich nochmal eine ganz spezielle Sache. Und so haben wir uns nämlich Trockeneis besorgt, was in der Kombination mit Wasser sehr krassen Rauch verursacht. Deswegen, Lars, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal hier ein bisschen dunklere Stimmung und dann kommt der Gruselspaß. Okay, holen wir unser Eis. Oh, ja. Hier ist unsere Geheimzutat drin. Oh, wie schön kühl das ist, wenn man hinter dir herläuft. Das ist mega die kühle Box. Da drinne ist minus 70 Grad kaltes Eis oder sowas. Und dann können wir uns da mal mit unseren Handschuhen, damit wir uns nicht verkühlen, können wir diese Sachen schnell in unsere Kürbisse mit rein machen. Das heißt, das Ding auf. Okay. Oh mein Gott. Ohoho. Ja, das ist saukrass. Boah, man merkt richtig, wie das sogar durch den Handschuhen geht. Ich schmeiß sie in deinen Kürbis rein. Also, ich habe jetzt ein paar drinne. Und dann machen Deckel drauf. Hast du genug? Okay. Bist du bereit, Lars? Ich schütte rein bei dir. Nee, mach erst bei dir. Bei dir ist es gut. Okay, ich mach bereit. Let's go. What? Yo. Kommt der Rauch raus? Komm mal hoch. Yo, schaut euch das an. Alter. Sieht es gruselig aus, Leute. Das sieht richtig krass aus. Ich wusste gar nicht, dass ich Raucher bin. Okay, dann machen wir es mal bei dir jetzt. Bei Lars wird es jetzt noch krasser aussehen. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Ohohoho. Hebt hoch, hebt hoch, hebt hoch. Ohoho. Heftig, Mann. Yo, niemals. Was? Ich möchte mir das von der Seite mal aus ansehen. Yo, der sieht richtig krass aus, Mann. Es brodelt. Brodelt das? Kann man das hören? Ohoho. Dieses Wasser da drin ist eisekalt, aber richtig kalt. Das gefriert schon. Alter, wir haben so viel davon. Macht schon ordentlich. Alter, das ist da drin richtig gefroren. Schaut mal da rein. So sieht das von innen aus. Das wird so explodieren jetzt. Das wird echt gleich explodieren. Alter, dieses Wasser ist richtig heiß jetzt. Das ist der Handschuh. Es geht los. Drei, zwei, eins, go. Ohoho. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viel kommt da denn raus? Junge, das sind sie. Unsere. Oh, deiner tropft. Oh, deiner tropft da unten. Deiner tropft auch. Hä? Wo kommt da das Wasser raus? Aha. Das ist meiner tropft. Oh nein. Oh, der ganze Teppich. Noch eine Runde. Richtig, 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 richtig. Verteilt es richtig. Alter, ist das ein Rauch. Oh mein Gott. Oh, oh, es ist, es ist. Oh, wir brauchen wieder Dings. Oh. Oh, es ist kalt da drin. Ja. Weißt du, was wir machen können? Wir können mal in die Küche gehen und dann die ganze Zeit da heißes Wasser reinfüllen lassen und dann gucken wir, wie viel Rauch da rauskommt. Okay, los geht's. Komm. Ganz einfach. Das ist bereits eingefroren. Ja. Let's go. Oh mein Gott. Oh, was? Hörst du das? Oh mein Gott, was? Das ist doch weiß, doch weiß, Mann. Alter, der explodiert gleich. Alter. Das ist so krass. Oh mein Gott. Der hat von unten ein Loch bekommen. Tatsache. Das blubbert so laut. Oh, was? Was? Oh mein Gott, der Halloween-Kürbis, Jürgen, der Halloween-Kürbis. Oh, Junge. Oh mein Gott. Der Halloween-Kürbis. Sau cool. Hennig ist es ja nicht kaputt gegangen. Spüle ist voll. Okay. Dieses Eis ist so cool. Okay, Leute. Schmilzt auch gar nicht. Das waren unsere Kürbisse. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Gebt einen Daumen nach oben. Und schaut auf jeden Fall auch andere Videos an. Guckt bei Lars vorbei. Der ist unten mit verlinkt. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr solche coolen Videos niemals verpasst. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.